Hallo liebe Steam Deck Freunde da draußen, ich bin's wieder euer Fabian, der Steam Deck Checker, der nicht alles checkt. Ich melde mich hier wieder unter Deck aus meinem Zockerkeller und heute zeige ich euch einmal, wie ihr den Desktop Mode eures Steam Decks auf Deutsch umstellen könnt. Wir brauchen dazu nur eine Tastatur und im Idealfall noch eine Maus, um das ganze bedienen zu können bzw. die Befehle einzuhacken. Die Befehle findet ihr auch noch mal in der Videobeschreibung, also müsst notfalls nicht mitschreiben. Ihr seid aber gewarnt, ich habe es bei mir problemlos bisher hingekriegt und auch zwei Freunde oder ein Freund aus dem Discord und ein privater Freund, da hat es auch anscheinend soweit geklappt. Aber wir bewegen uns hier tief in der Systemebene, es könnte was schief laufen, im absoluten Worst Case. Aber da gehe ich jetzt erstmal nicht von aus, müsstet ihr gegebenenfalls das ganze auf Werkseinstellung zurücksetzen. Weiterhin kann es sein, dass beim nächsten SteamOS Update das ganze wieder resettet wird. Davon gehen wir aber erstmal nicht mal aus und vielleicht kommt Welfi auch mal auf die Idee, uns einen zukünftigen Update von Haus aus die deutsche Sprache anzubieten. Also, probieren wir das ganze doch einmal aus. Ihr müsst als erstes erstmal eine Terminal Session öffnen bzw. die Konsole. Wie ihr das macht, könntet ihr ja schon wissen. So, jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz, wie ihr ein Passwort festlegt, falls ihr das noch nicht habt. Dafür gibt ihr eine Konsole PassWD ein. Egal was ihr hier eintippt, es wird nicht angezeigt, kein Cursor bewegt sich, gar nichts. Also, achtet drauf, was ihr eingibt und merkt euch natürlich das Passwort, was ihr hier festlegt. Mehr dazu findet ihr auch mein SSH Netzlaufwerk Video. So, nachdem wir das Passwort festgelegt haben und keine Sorge, ihr findet alle Befehle auch in der Videobeschreibung. So, jetzt müssen wir das ganze SteamOS read only disablen. Das heißt, dass wir auch was schreiben dürfen in bestimmten Bereichen, was wir vorher nicht durften. Deswegen kann es passieren, dass das ganze beim nächsten Update überschrieben wird. Die ganzen Änderungen, die wir hier vornehmen. So, deswegen fragt ihr nochmal nach dem Passwort. Deswegen solltet ihr ein Passwort festlegen vorher. Wenn das geschehen ist, es gibt keine weitere Meldung, dann ist das ganze disabled. Als nächstes müssen wir Pacman, das ist der Paketmanager von ArcLinux auf das SteamOS basiert, müssen wir einmal komplett initialisieren mit folgenden Key. Einmal mit dem init Befehl, dann abschließend mit dem populate Befehl. So, das ganze rödelt ab und zu mal zwischendurch ein bisschen. Da müsst ihr einfach mal einen Moment warten. Das kann ein bisschen dauern, bis das alles durchgelaufen ist. Aber Geduld ist ja eine Tugend, für die ich meistens keine Zeit habe übrigens. So und folgenden Befehl müsst ihr auch noch eintippern. Da habe ich leider zu früh geschnitten und zu früh das Videomaterial gelöscht. Deswegen diesen Befehl, sudo pacman-key, derzeichen, Bindestrich, Bindestrich, Refresh, Minuskey, auch nochmal eintippern und durchlaufen lassen, bevor wir zum nächsten Schritt kommen. So, wenn das ganze durchgelaufen ist, macht ihr am besten, ja, also ich habe einen neuen Tab aufgemacht. Das war es für mich einfacher, weil er im Hintergrund immer noch weiter rödelt. Und installieren wir einmal über pacman-nano. Nano ist ein Terminal-Editor, das heißt, wir können gleich dann das ganze, die ganze Local-Gen, so nennt sich das Ganze, die ganzen Spracheinstellungen direkt in Terminal oder Konsole bearbeiten. So, ihr fragt euch nach der, bei der Installation, ja, gibt der ja an. Dann rödelt das wieder nochmal ein bisschen und dann wird es installiert. So, dann wechseln wir nochmal im Zweifel in den anderen Tab rein. Könnt ihr auch denselben machen, ist eigentlich egal. Und jetzt müssen wir Sodo Nano ETC Local-Gen eintippern, um das Ganze editieren zu können. Hier habe ich mich einmal kurz verschrieben. Local-Gen, genau, richtig. So, und jetzt haben wir dieses Konfigurations-Fall für die Sprachen und da ist ganz wichtig, kommt nicht auf die Idee, Englisch rauszunehmen. Wie ihr es unter den Exempels siehst, da ist EN, also Englisch, US zum Beispiel drinne. Nimmt das nicht raus. Macht das so wie ich. Scrollt runter zu eurer Sprache, das wäre dann in dem Sinne DE-DE, UTF-8 in dem Falle. UTF ist ja die Codierung. Das scrollen wir dann dementsprechend runter und machen das Kommentarzeichen weg. So, wenn das geschehen ist, dann einmal Steuerung und X drücken, Ja, Enter und schon ist es geschehen, ist es gespeichert. Und wir können mit dem nächsten Schritt fortfahren. So, mit dem Befehl sudo-pacman-s-g-lip-c. Ja, da wird eigentlich jetzt quasi nochmal die Datenbank geupdatet. So war mein Verständnis bisher. Könnt ihr mich aber auch gerne korrigieren in der Videobeschreibung. Ja, natürlich, ja, machen wir. Das wird neu installiert. Also wie gesagt, ich blick da noch nicht ganz hinter. Ich befinde mich noch bei Linux in einem gewissen Lernprozess. So, man sieht hier schon auch, er generiert die Locals. So, wenn wir wieder was eingeben können, müssen wir jetzt nochmal Locals quasi neu generieren. Das machen wir über sudo local-gen. Auch hier habe ich mich mal wieder schön verschrieben. So, jetzt generiert er das Ganze noch einmal. So, und jetzt müssen wir noch ein spezielles Package für KDE installieren. Das machen wir auch wieder mit dem Paketmanager sudo pacman-ski18n. Auch hier drücken wir wieder ja. Dann brödelt das wieder ein bisschen, das dauert einen Moment. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum fast letzten Befehl. Jetzt müssen wir nochmal das Plasma-Package neu installieren mit der Sprachunterstützung, und zwar sudo pacman-s-plasma. So, jetzt fragt ihr euch, was er installieren will. Da drückt ihr dann einfach Enter. Ja, wählen wir natürlich auch wieder aus. So, und das Ganze rödelt dann wieder ein bisschen. Das kann dann wieder dementsprechend ein bisschen dauern. Wir warten es einfach mal ab. So, und jetzt installieren wir noch das deutsche Spelling-Tool nach über sudo pacman-s-spell-de. So haben wir quasi nochmal die deutsche Sprachkorrektur mit drinnen. Auch hier wieder ja auswählen. So, und der nächste Befehl, da unbedingt auf die Schreibweise achten, da habe ich mich ein paar Mal verschrieben. Der Befehl übrigens dient dazu, letzten Endes alle Pakete nochmal neu zu installieren, damit es da keine Probleme gibt. Auch hier wird er ein bisschen länger durchrödeln. Wie ihr seht, wir haben hier 854 Packages. Das dauert ein bisschen. Oh, und was ich zwischendurch immer mal wieder hatte, ist, dass er ein paar Pakete nicht, äh, ja, war die Integrität kaputt. Ähm, das hatte für mich aber keine Nachteile. Also habe ich immer Yes gewählt. Yes, 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 yes. Wenn dann ein paar Pakete kaputt waren, vielleicht waren die auch nicht erreichbar oder veraltet. Ich weiß es nicht, aber das System hat danach bei mir bestens funktioniert. So, das war's auch schon. Jetzt können wir das Ganze einmal schließen, Terminal. Und jetzt gehen wir nochmal in die Einstellung rein, unter Language. Ihr seht, es hat sich noch nichts geändert. So, wir ändern jetzt einfach nochmal Deutsch. Kieben das an die erste Stelle, weil wir das ja vorrangig benutzen wollen. Und das Ganze können wir dann auch nochmal beim Spellcheck ebenso machen. Dort wählen wir halt für uns Deutsch aus, als Standardsprache. Genau, Deutsch, Deutschland. Auch ein Apply. Dann können wir das Ganze schließen. Und was ich nochmal empfehlen würde, vor einem Neustart, schaut nochmal bei Discover nach Updates. Also da auf jeden Fall nochmal die Updates anstoßen, durchrödeln lassen. Na, am besten Check for Updates, Update All. Lasst er ihn ein bisschen durchrödeln, bis er alles installiert hat. So, wenn das durch ist. Einmal neu starten. Es kann sein, dass ihr euch im Desktop-Mode, in Game-Mode nochmal komplett aus- und einloggen müsst, damit es funktioniert. So, dann gucken wir doch mal nach dem Neustart rein. So, die meisten Sachen werden auf Deutsch sein. Nicht alles, nicht alles ist hundertprozentig eingedeutscht, aber ich glaube trotzdem, für viele, viele Sachen macht es das Arbeiten im Desktop-Modus wesentlich angenehmer. Und wie gesagt, nach einem Update des SteamOS kann das auch schon wieder verschwunden sein. Seid euch dessen bewusst und ihr müsstet eventuell alles wiederholen. So, liebe Freunde, ihr habt gesehen, das war gar nicht schwer. Super easy, geht schnell von der Hand. Klar, ein bisschen Wartezeit zwischendurch, weil ihr die ganzen Packages installiert. Aber es ist machbar, würde ich sagen, ne? Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, Daumen nach oben, Kommentare sind natürlich auch gewünscht, sowohl positiver als auch negative Kritik eigentlich nicht so. Nein, doch, macht ruhig kein Thema. Ich komme damit klar. Schaut auch auf unseren Discord-Server vorbei. Geile Truppe dort, kann ich nicht anders sagen. Und, wer mich unterstützen will, gerne auf Patreon vorbeischauen. Ihr seht im Abspann, es werden immer mehr Unterstützer. Auch da nochmal ein dickes Dankeschön in die Richtung. Also, ich melde mich wieder ab unter Deck. Vielen Dank fürs Zuschauen. Solltet ihr Fragen oder Feedback haben, dann schreibt gerne in die Kommentare, lasst auch ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst. Mein besonderer Dank geht an meine Patreon-Unterstützer, die mich tatkräftig unterstützt haben, dieses Video möglich zu machen. Schaut auch gerne mal auf Patreon vorbei.